Hallo liebe 96-Fans, ich bin Thomas Doll. Ja, zur Zeit der Trainingsplatz, das Stadion, aber das Hotel steht direkt am Maschsee, also das finde ich sehr, sehr schön, diese Ecke. Winter, Österreich, wo wir Schnee haben und ansonsten nach Dubai, wo es schön warm ist. Motorradfahren, wir sind begeisterte Harley-Fahrer, das ist schon immer ein Traum gewesen. Ja, ein gemütliches Essen und ein Glas Rotwein mit meinen Freunden und mit der Familie. Das, was du denkst, das bist du auch.